Was wir da noch haben? Nichts. Nur Spinnweben. Also los. Am besten wir schleichen. Gut geschlichen. Ist besser wie ausgewichen. Ich sehe schon den ersten Vampir. Was entdeckt? Ich habe kein... Hilfe! Äh. Nein, das glaube ich war noch kein Vampir. Wieso bin ich entdeckt? Steck den Laden nicht in Brand. Dietrich Gold. Das war ein einfacher Vampir. Das war noch nicht der Meistervampir. Was geht hier ab? Mensch, seid ein bisschen leise, Mensch. Das ist ja unglaublich. Macht einen Krach. Was ist hier los? Oh Gott. Haben sie ja die ganzen Opfer verschanzt, aufgekarrt. Ich bereue schon, dass ich den mitgenommen habe. Der ist eher eine Bürde. Also eine Hilfe. Der versaut mir mein Schleichmanöver. Ich nehme mal den Bogen in die Hand. Moment mal. Ich glaube, in dem Fall wäre sogar der Schwarzbogen besser. Weil der zieht Magik ab. Sieht aus, als hättet ihr noch ein wenig Gold in euren Taschen, nicht wahr? Hm? Ja. Wer spricht da? Lasst mich euch diesem Geldbeutel abnehmen. Ich sehe ihn nicht. Welche Stiefel, die ihr da anhabt. Wo ist denn der Typ? Bleibt jetzt einfach schön hier bei euren Freunden, während ich meine Schaufel holen. Ist da jemand? Lassen wir die Spielchen. Ach, das war knapp. Mensch, bleib stehen. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Euer Kopf gehört mir. Oh. Habe ich den falschen getroffen? Ich glaube, ich habe irrte mich den Ton hier. Naja. Egal. Äh. Was? Stiefel? Schäbige. Wieso schäbig? Schauen ja gar nicht so übel aus. Oh. Sie sind gerade alle eingebuddelt. Die Miesensäcke. Ich werde dem Treiben ein Ende bereiten. Hey, was ist denn das? Was dann? Oh. Wir haben noch was bei sich. Nord. Ich bin bloß ein armer Mann, der versucht, sich durchzuschlagen. Ich würde Morteil verlassen, wenn ich könnte. Ach Gott, du bist eine Nervensäge. Das ist alles. Was du bist. Jetzt kommen die schwierigeren Gegner. Ich werde gleich mal speichern. Zu oft gespeichert. Gibt's nicht. Ich höre schon wieder Stimmen. Wer, wo, wie. Da steht einer. Vorsichtig. Da ist der Mowat. Da ist der Mowat. Hier drüben. Ist da jemand? Lassen wir die Spielchen. Ich habe schon den schlechteren Gegner als euch gekriegt. Haha. Ich liebe Herausforderungen. Wo seid ihr? Ach Mensch. Sei ruhig. Wir werden die Ziele. Ha. Habt euch. Wo seid ihr? Ah, das war nur eine Projektion. Ah, ich habe ihn. Niemand schlägt einen Hauch. Oh, der ist aber auch nicht schwach auf der Brust. Niemand muss den Kuss unternehmen. Aha. Wir sind ja. Und das... Wer sagt denn da dann, ihr geht jetzt besser, Mensch? Ihr geht jetzt besser. Ihr geht jetzt besser. Ihr geht jetzt besser. Ihr könnt euch von mir nicht verstehen. Es ist Zeit, dass ihr geht. Ja, ich gehe schon. Das war schon alles? Wer hat... Bitch. Das Feuer macht mir nix. Das war schon alles? Wirklich? Sehr gut, Lydia. Du hast es ihnen gezeigt. Wo Bartl den Moos herholt. Ah, was ist denn da? Der Vampirdiener. Hat einen Hexenraven gekillt. Was? Oder wie war das? Daneben. Mensch, mein Ziel. Könnte ich auch mal einmal treffen, bitte? Ich zeige euch, wie man richtig kämpft. So kämpft man richtig. Shit, mein Bogen hat keine Ladung mehr. Ah, nette Stiefel. Und hier die Paris Hilton. Illusion. Ich werde euch ausrauben. Das ganze Gold, das ihr geraubt habt. Ihr dummen Mann, Pire. Der zuckt noch. Da steht ein fetter Zauberdrang. Sehr gut. Was ist das? Hey, das ist die Alva. Die hat so geschimpft vorhin. Jetzt schauen wir mal, was der Moor... Moorwart oder wie? Horwart. Weiß ich hatte. Der Meistervampir. Da sind wir hier richtig. Das war relativ einfach, weil die sich so dumm angestellt haben. Da brennt noch was. Uh, Gold. Geldbeutel, Geldbeutel. Und noch ein Geldbeutel. Gold, Gold, Gold. Überall, Gold. Die haben in Gold gebadert, wie es aussieht. Am liebsten hätten sie es aufgefressen. Moorwart Bikine. Gold, Granatstein. Nicht viel bei sich. Aschehaufen. Ja, der Aschehaufen hat auch was. War es das jetzt? Oder gibt es da noch was? Bin ich von da gekommen oder von da? Sorry. Ich habe es vergessen. Ah, da, ja. Daneben. Mensch. Heute treffe ich überhaupt nichts. Jetzt reicht es mir aber. Ich nehme lieber einen Zaubertrank, wenn mich die noch mal trifft. Oh, sag ich ja. Ist mir knapp. Noch einen Zaubertrank. Los Lydia, hilf mir. Verstecken. Oh shit, Mensch. Meier, verdammt noch mal. So knapp. Alles umsonst. Ich bin bloß ein armer Mann, der versucht, sich durchzuschlagen. Oh Gott. Alles noch mal. Das wäre jetzt wirklich nicht nötig gewesen. Ihr geht jetzt besser. Ihr geht jetzt besser. Moment. Das klappt nicht. Ah, jetzt. Hey, aufpassen. Ihr geht jetzt besser. Es ist Zeit, dass ihr geht. Hier geht jetzt besser. Sehen hält man. Wir werden jetzt besser. Niemand muss etwas unternehmen. Jetzt reicht es. Glaubst du, was ich mache, die ganze Zeit? Es ist Zeit, dass ihr geht. Er flieht. Hier geht jetzt besser. Können sich die heilen, die deppen. Hier geht jetzt besser. Ah, das war nur ein. Hier geht jetzt besser. Komm her. Was? Wie dumm von euch. Was? Mensch, bist du doof. Was ist denn jetzt der Meistervampir? Er ist verschwunden. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Nee, nee. Die sind wirklich da. Hm. Also beim ersten Mal ist es besser verlaufen. Da treibt er sich um. Hier drüben. Das ist noch nicht, oder? Verdammt. Genug. Ihr hättet nie herkommen sollen. Hey. Cool. Kehre zum Jarl zurück. Hast du das vorhin auch gestanden? Ich kann mich gar nicht erinnern. Aus dem Weg. Ich muss ihn plündern. Mögen die Götter? Ja, ja. Eure Kämpfe wachen. Danke. Haben sie auch. Die Alva. Auch noch plündern. Tavernenkleidung. Cool. Das lesen wir noch. So. Es ist aber jetzt schnell gegangen. Na, weil man weiß, was auf einen zukommt. Ist es doch einfacher. Hm. Beim zweiten Mal haben sie sich auch nicht viel lüger angestellt wie vorher. Das war kein Zufall. Ich bin bloß ein armer Mann, der versucht, sich durchzuschlagen. Ja, ja. Sehr still. Ich würde den Mortal verlassen. Ich könnte. Diesmal muss ich vorsichtiger sein. Das ganze Gold stecke ich schon noch ein. So viel Zeit muss sein. Alles eingesackt. Gold aufnehmen bin ich schnell. Pfeile schießen. Nicht so. Das hohe Kaninchenkeulen. Hm, lecker. Da ist auch noch was. Ein Aschehaufen. Vorhin hatte er einen Zaubertrank der kleinen Heilung dabei. Jetzt nicht. Äh, sind wir jetzt von da rum da oder wie? Ist da jemand? Oh, jetzt speichere ich. Ah, da ist noch einer. Los, gib ihm den Rest. Lydia. Seid ihr zum Sterben bereit? Ah. Schieß. Und? Daneben. Mein Bogen hat keine... ...keine Ladung mehr. Das ist eh der Fall, mein Bogen. Okay. Okay. Drum ist es vielleicht leichter gegangen jetzt. Weil ich den doofen Gold-Uhr-Bogen nicht verwendet habe. Und hier ist es wieder finster. Wie geht es.